und zwar machen wir heute mal ein bisschen solopush mit byron den habe ich gestern frisch gezogen ist eigentlich ganz geil und den pushen wir jetzt mal hoch und pushen ordentlich profan damit damit wir in den nächsten folgen so auf die 11.000 kommen gucken wir mal was sich da so machen lässt ja klar was ein mieser idiot alter wo schießt du hin alter ach ja was für missgeburten mann das ist nur minus richtig gut na gut jetzt plus drei jetzt reicht es mir aber ich will byron irgendwann auf rand 25 haben und ja ich verdurfte man lieber weil ab 10.000 aufwärts wenn die lobby schwieriger herr da beziehungsweise aber wie gesagt ich fahre ja immer noch die mucke hier in dem spiel er hat sie verschwendet das ist schon mal wichtig perfekt nein das war so knapp leute aber egal immerhin platz 28 profil wir gehen auf noch ein spiel das ist so für euch die beste möglichkeit zu pushen ich will dir eine ladung gift ab Ach, du Täniskopf. Alter, egal, aber Platz 3. Hä? Ich war Platz 3, aber naja, gut, egal. Also, es sind zwar mehr Cubes, aber das Risiko höher, um drauf zu gehen. Run, run, as fast as you can! Ja, sicher, ey. Ey, so ne abgefuckten Affen, Alter. Vercampen sich überall, ey. Ich hasse sowas, ne? Das sind, finde ich, keine richtigen Brawlplayer. Nicht, dass man so sagen darf. Campen und einfach warten, bis da jemand vorbeikommt. Assy-Playing. Auf Wiedersehen. Der hat 50 Koops, aber den krieg ich trotzdem down. Äh, M's mischt ich hier noch mit ein, ey. Ach, Mann, Alter, so was meine ich, Alter, so ein verhurter Fotzenkopf. Sorry für den Rage, geht aber grad nicht anders, ey. Nee, keine Zeit. Verpiss dich doch, du Lappen, Alter. Und dein Mr. Penis, Alter. Ach, Mann, Alter. Seht ihr, was das für abgefuckte Wichser sind, Alter? Ach, Mann, Alter. Und klatsch ich mit meinem Penis weg, Alter. Real Talk. Meine, momentan mach ich noch Plus, aber wenn ich so abrang 15 bin, Alter, dann gibt's schon ordentlich Minus für den Vierten. Ich glaub, Minus 5 dann. Nach der Runde dann noch eine Runde und dann schauen wir mal, wie viel wir insgesamt gepusht haben. Das war ein großartiger Mist. Nice. T-Cubes sind wichtig. Ich hab meine Ult. Komm, ja. Ja. Scheiß Camper, aber Platz 3. Sehr, sehr nice. Sind Plus 7. Eine Runde mach ich noch. Also ist der beste Weg zum Pushen. Ich zeig euch das am Ende dieser Runde. Ich werde hier mal niemals verwenden. Ich hab nämlich keinen Bock, Minus zu machen. Yes! Das war so wichtig. Schön mit der Ult gebumst. Mann, was für Eierköpfe. Egal, plus 6. Jetzt gehen wir mal auf Verlassen. Da seht das, plus 46, Alter. Richtig nice. Ja, gut, Freunde, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da. Drückt den Daumen nach oben. Support ist kein Mord und schließlich kostenlos für euch. Es gibt schließlich noch andere YouTuber, bei deren die Abos etwas kosten. Ja, und ich würde mich sehr freuen. Ich hab mich auch sehr gefreut, dass die Folge auch gut bei euch angekommen ist. Die allererste. Thank you very much, my friends. Thank you for your support. Goodbye. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.